Und damit begrüße ich auch die Häschen auf YouTube recht herzlich zurück zu Let's Play Thief 4. Wir sind immer noch in der Nachdenhallanstalt von Moira und sollen jetzt in den Raum 3F gehen. Aber ich gucke mich hier erstmal kurz ein bisschen um. So, wenn wir mit der Steuerung wieder klarkommen. Ich habe bis eben Horizon Zero Dawn gespielt. Alle tot. Alle bis auf die Schatten. Die Schatten haben sie geholt. Die Schatten waren hungrig, seit sie uns verließen. Sie veränderten sich in der Dunkelheit. Die Schatten dürfen sich nicht ausbreiten. Hast du noch was zu sagen? Breiten sich aus wie Öl. Ah ja. Den Knopf werde ich jetzt nicht drücken. Ich will nicht zu den Wahnsinnigen da rein. Oh, was haben wir hier Schönes? Hat das der Herz aller Liebst. Weil er sieht aus wie ein Mediziner. Oder zumindest wie jemand, der sich für einen Mediziner hält. Was war eigentlich hier? Kann man da durch? Nope. Kann man nicht. Sie tun mir weh. Viel zu viel Schmerz. Ah, okay. Aufregbare Patienten. Kennen wir schon. Oh, hi. Darüber scheint es hier von der Decke zu tropfen. Dieser Ort ist nicht ganz dicht. Okay, hier brennt ein lustiges Feuerchen. Nein. Bin nicht da. 3F. Experimental Treatment. Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Okay. Irgendwas leuchtet da auf dem Stuhl. Hm, Generator. Die sind immer so schön subtil leise. In diesem Spiel. Nicht. Mit Glasscherben, da kenne ich mich auch aus. Da hatten wir gestern Abend einen schönen Unfall gehabt. Da hat es uns glatt in den Schrank halb von der Wand gerissen. Und den Inhalt gleich mit. Und das so um kurz vor Mitternacht. War schön. Leuchtbomben, wozu? Was sagt er mit? Ist ja nun nicht so, als würden sie hier noch den gleichen Zweck erfüllen, wie in den bisherigen Teilen so wirklich. So. Aufzugsperrung. 14.12.841 NR. Piet. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Der Aufzug zur Reformierung steht derzeit offen. Jeder kann einfach hineinspazieren und dem Hochsicherheitstrakt einen Besuch abstatten. Ich möchte, dass du einen Schließmechanismus einbaust. Es geht dabei nicht nur um die Sicherheit der Insassen, der Reformierung, sondern auch um unsere Patienten hier in der Heilanstalt. Was geschieht, wenn eines von Hanfields Subjekten ausbricht? Die Patienten in den oberen Stockwerken wären ohne jeden Schutz. Denke mal darüber nach. Wenn du Genehmigungen brauchst, besorge ich sie dir. Eliza. So, und was haben wir hier noch? Fluchtnotiz. Avery, verzieh dich lautlos. Ignoriere das Öl und das Glas. Sie dienen deinem Schutz. Entzünde eine Fackel und wirf mich... Und wirf mich... Und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen dich sieht, dann stecke den Mistkerl in Brand und lauf. Ich warte auf dich. Tee. So, lass mich raten, das funktioniert nicht. So, lass mich raten, das funktioniert nicht. So, das nehme ich. Und dieses Buch leuchtet so verführerisch. Entnahme der Urkraft. 22.06.841 NR. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten. Aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in den Stein zurückzubringen. So, was haben wir hier? 3G. Sensory Deprivation Chamber. Reizentzug. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen der Welt ist beisam für die Seele. Mhm. Klar, kenne ich. Sperrt mich in einen dunklen, versifften Raum, bei dem es von der Decke tropft. Da drinne fühle ich mich bestimmt wohl. Generator Room. So, Nahrung haben wir voll. Bevor ich irgendwelche Hebel ziehe, gucke ich mich hier erstmal ganz genau um. Eine Spritze. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein Schrank zum Verstecken. Eine Tür ohne Ziel. Der Raum steckt voller Überraschungen. Zieh den Hebel, Kronk. Was soll der Krach? Seid ihr wahnsinnig? Ups, das war jetzt so nicht geplant. Okay, noch ist nichts passiert. Wer hämmert da so gegen die Tür eigentlich? War das jetzt eine gute Idee? Ja, wie wunderbar einladend dieser Raum doch aussieht. Wow, ja. Hier drinne fühle ich mich richtig wohl. Abkehr von der Welt ist beisam für die Seele. Wir starren eine ekelhafte Wand an. Das ist eine Folterkammer. Das ist kein Behandlungsraum. Guten Tag, Herr Skelett. Oder Frau Skelett. Man weiß es nicht. Oder nicht binäres Skelett. Kalibrierung. Maschine muss vor Operationen sorgfältig kalibriert werden. Das Durchdringen des Schleiers, der das Fenster zur Seele verhüllt, kann den Pfad zum Wohlbefinden enthüllen. Ganz ehrlich, hört sich für mich alles sehr nach esoterischem Schwachsinn an. Wird die hier von sich geben. Verlegungsanforderungen. 9.7.841 NR. Ich verstehe die unvermeidlichen Bedenken, aber ich sehe mich dazu gezwungen, Patientin Nummer 18 nach unten ins Gefängnisstockwerk zu verlegen. Missbewusst, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, aber das Subjekt muss zur Sicherheit aller isoliert werden. Das Gefängnisstockwerk ist der einzige geeignete Ort. Dr. Steadman. Wir haben ein Gefängnisstockwerk. Think about it. Garret, mach auf. Sag ihm nicht, dass du Angst hast. Er darf nicht sehen, dass du die Kontrolle verlierst. Ich wollte ihn aufhalten, wollte mich selbst retten, aber sie lassen mich nicht erwachen. Ich brauche die Urkraft aus dem Mädchen, aber sie darf nicht sterben. Auf keinen Fall. Du verstehst die Angst nicht wahr, Garret? Die Angst, gefangen zu sein, benutzt zu werden. Schnell, sie verdirbt sie! Siehst du, ich zerstöre alles. Die Urkraft ist gefährlich. Sie muss beherrscht werden. Nein! Das ist nicht gut. Ich bringe sie wieder runter in die Gefängnisebene. Ich hielt dich für tot. Doch es war schlimmer. Du hast die Urkraft gestohlen. Jetzt will der Baron sie zurück. Sie haben die Gefängnisebene erwähnt. Ich muss wohl noch tiefer in dieses Loch hinein. Mein Gott, für den habe ich jetzt drei Pfeile gebraucht. Auf einmal sind die Insassen echt und wach. Keine Geister mehr. Klopfen in den Rohren. Pete, bring das Klopfen in diesen verrottenen Rohren in Ordnung. Ich schwöre, ich höre dieses verdammte Geräusch bereits in meinen Träumen. Ich trommle es bei der Arbeit. Schon selbst mit den Fingern. Ich frage dich, kann man so operieren? Dr. Hanfield. Ich frage dich, aus. Muss ich heute ausprobieren. Ich habe keine Kombination für diesen Tresor. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wahrscheinlich falsch. Ist falsch. Ich habe keinen Hinweis bisher. Sterilisation. Instrumente vor der Vivi-Sektion mit Alkohol reinigen. Die Untersuchung der Belastung des menschlichen Körpers erfolgt am besten im vollen Licht des Lebens. ist klar. Okay. Ist es irgendein Geheimnis? Aber frag mich nicht, was für eins. Was? Was? Das hat bestimmt mit dem Tresor zu tun, aber... Guten Tag. Mein unbindiger Hass auf Flaschen. Okay, eine Spritze. dieser Raum hier gefällt mir besonders gut. Eine Leuchtbombe, ja klar. Oder sonst. Lobotomierraum. Die Breite des Stahlpickels muss an die Schädeldicke des Patienten angepasst werden. Eine überbordende Fantasie ist das erste Anzeichen von Wahnsinn. Klar. Ich weiß nicht, wie viele angehende Schriftsteller die Fantasy-Romane verfassen, die hier lobotomiert haben. Okay. Unserstellbare Gläser. Gute Nacht. Hydrotherapie. Maximale Effektivität durch Variation der Eintauchdauer. Atme Wasser ein, atme Licht aus. Ey, die haben so einen Dachschaden in diesem Laden. Das kannst du echt keinem mehr erzählen. Hebs. Okay. Neue Karte. Wo komme ich hier hin? Ähm. Aha. Da will ich noch nicht hin. Bin ja noch nicht fertig. Also, falls übrigens jemand einen Tipp hat, wie ich an die Kombination für den Tresor rankomme, immer her damit. Sie veränderten sich. Ja, das hast du uns schon mal erzählt, deswegen darfst du jetzt schlafen. Für immer. Da war es noch ein Zettel an der Wand. Schocktherapie. Unwohlsein des Patienten ist bei der Schocktherapie zu ignorieren. Ein Augenblick des Schmerzes kann lebenslanges Wohlbefinden bescheren. Na, möchte jemand auch hier eingeliefert werden? Ich finde, Rad abtrifft sie nicht mehr so ganz. Soll ich mir die ganzen Leuchtbomben würde, können sie mal ausprobieren unten bei den Viechern. Also, weiß zufälligerweise jemand, wie ich an die Tresorkombi da rankomme? Weiß, irgendwas muss hier sein, aber frag mich nicht. Ach, ja. Ich gucke mal eben noch mal in die anderen Räume. Ja, ist klar. Hier ist der Tresor. Ob hier noch was sichtbar war. Ich hasse Wurfobjekte. Hier ist nichts. Ich reiße euch übrigens auch nicht den Kopf ab, wenn ihr Google fragt. Ich wüsste halt nur gerne die Kombi für den Tresor. Was soll das klopfen hier? In den Ohren. Hat mich nicht erlaubt. Ehrlich gesagt, kriege ich langsam einen Dachschaden davon. vielleicht etwas, was ich nur sehe, wenn es dunkel ist. Nö. Jut, chat hilft mir nicht, keine Ahnung. Dann gehe ich halt ohne diesen Tresor geöffnet zu haben. Ich glaube, das hat das heute beim letzten Mal vor vier Jahren auch nicht anders gemacht. und dann gehe ich euch im Dann gehe ich hin. Dann gehe ich hin. Ich will gar nicht in Fahrstunden nehmen, sorry. Ich nehme lieber den Schleichweg. Aus irgendeinem Grund scheint mir der sicherer zu sein. Ähm, was? Yay, Explosionspfeile. Okay, das kann ich aufschrauben, das finde ich nett. Das kann ich auch aufschrauben, das finde ich auch nett. Schatz. Ich hab's geschafft, ich hab ihn gefunden, der andere Mann, mein anderes Ich, hat seinen Schatz in diesen Belüftungen versteckt, wie ein abgetragener Mantel. Die nahen Wände behüten mich, wie ich es nie zuvor erfahren habe, und ich fühle mich ihm so nah, dass ich ihn beinahe riechen kann. Der Schatz seiner Mühen kann nicht weit sein, und das pochende, schlagende Herz unserer Beider verlangen ist mit Sicherheit noch näher. Eine kurze Ruhepause, dann mach ich weiter. Es kann nur noch eine Frage weniger Fußlängen sein, bevor die Jahre uns im Triumph vereinen. Okay. Hatte da jemand eine bipolare Störung? Ein zweites Ich? Oh, schön. Wie in den Ruinen unter dem Bordell. Und ebenso einladend. Guten Tag. Da will ich nicht runter. Haltes Gefängnistreppe. Feuerpfeiler haben wir voll. Das finde ich ausgesprochen gut. Ich glaube, mit dem angenehmen Teil ist es jetzt langsam vorbei. Die Chirurgen-Schere. Da hinten blinkt auch noch was. Haltes Goldstück. Hallo Kreatur. Wir haben einen Fokuspunkt verdient. Und juhu. Geht's hier irgendwo hin? Er klettert nicht. Also nein. Gefängnisregeln. Gefängnisregeln. Patienten nicht nähern. Patienten nicht nähern. Patienten nicht ansprechen. Alle Behauptungen, ein Patient sei gesund. Missachten. Patienten werden zu ihrem eigenen Schutz fixiert. Das klingt in der Tat. Das klingt in der Tat sehr einladend. Der ganze Laden hier ist einfach nur kaputt. Sprichwörtlich. Ich hab die Kreatur da eben gesehen. Wo ist sie? Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zähne bauen. Du bist ja ein Spaßvogel. Hör auf damit. Bericht Aggression. 15.10.841 NR. Mir ist aufgefallen, dass Patient 11 aufgeregt und aggressiv reagiert, wenn Patientin 18 an seinem Zimmer vorbeigefahren wird. Seine Versuche, sie zu berühren, werden zwar sofort unterbunden, doch sein Bemühen ist derart gewalttätig, dass er heute einen der Fixierungshaken aus der Decke seiner Zelle ziehen konnte. Der Fall muss untersucht werden. Dr. Hanfield. Hör auf mit dem Blödsinn, Gerrit Mensch. Das ist doch nicht wahr. Oh. Ausnahmsweise fühle ich mich im Licht mal sicherer als im Schatten. Da liegt nur Nahrung. Ja, das sieht richtig toll aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Die bescheuert. Ich wollte gerade mit der rechten... mit dem rechten Trigger zielen. Schön, dass es nichts sieht. Licht mag es trotzdem nicht. Das ist ja nicht. Mit dem rechten Fritud. Vielen Dank.